Servus, die Skala98 und ich wollte euch nur kurz zeigen, dass wir hier der größte Balkon im Hotel haben. Ja, und was ich nur sagen wollte, die Videos, was ich im Urlaub gemacht habe, die kommen so eine Woche oder zwei Wochen später, wie ich im Urlaub bin. Weil ich sie ja nur bearbeiten muss und so, und jetzt zeige ich euch mal kurz den Balkon, unseren großen. Normal sollte das ja der Balkon sein, aber hier ist jetzt so keine Absperrung und da kann man jetzt überall rumlaufen. Hier einfach mit dem Fuß da runter oder hoch gehen, das ist egal wie, und kann man schön spazieren laufen. Hier ist der größte Balkon oder der größte Balkon im Hotel bei mir. Die Einzelvergessen glaubt zum Betonieren und schaut euch mal die schöne Aussicht an. Ich zoome mal ein bisschen her, oder hab schon hergezoomt. Da, Boot, Schnellboot. Ja, und ich würde mal sagen, Servus und bis zum nächsten Mallorca Video oder ein anderes Video von mir. Ciao! Ja.